So und damit im zweiten Teil willkommen zurück für die heutige Marktbesprechung am Freitag und da beleuchten wir jetzt einfach mal einige Fakten, die wir hier auf der Uhr haben, jetzt zum Thema News Spezial Faktencheck für Trader in der Corona-Krise. Worauf müssen wir achten? Was sind wichtige Nachrichten? Und wofür sind die Dinge denn gut? Wir reden ja jetzt hier mittlerweile nicht nur über Ausgangssperren oder ähnliches, die durchaus Relevanz haben, weil es einfach Menschen gibt, denen das egal ist. Nein, was wir hier machen ist, wir schauen einfach mal auf das, was an Stützungsmaßnahmen für die Wirtschaft kommt und ordnen das Ganze hier an dieser Stelle einfach einmal ein an diesem Punkt. Also das Ganze hier einmal jetzt im großen Faktencheck und damit gehen wir weiter. Natürlich hier entsprechend mit dem Risikohinweis, den möchte ich an dieser Stelle auch noch einmal bringen, weil wir hier natürlich im zweiten Video auch das Ganze zur Kenntnis nehmen müssen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Wie schon gesagt, das Ganze bitte komplett zur Kenntnis nehmen. Und damit sprechen wir jetzt einfach mal über ein paar Fakten, die wir hier im Bereich der Nachrichten der letzten Wochen bekommen haben. Hier geht es jetzt nicht darum, über die Ausweitung der Corona-Fälle, nein, wir sprechen jetzt wirklich einfach mal über das, was die Notenbanken und was die Staaten machen, um zu versuchen, die Auswirkungen in irgendeiner Art und Weise so gering wie möglich zu halten. Die Auswirkungen sind brutal, die sind massiv, die schränken nicht nur die Privatmenschen ein, die schränken auch die Wirtschaft ein. VW vermeldet mittlerweile, dass die Lieferkette komplett zerstört ist. Die Autokonzerne weltweit stellen die Produktion ein, damit man einfach nur mal sich das Ganze auf der Zunge zergehen lassen kann. Wir sprechen hier nicht über irgendeine Winterkrippe, sondern das, was wir jetzt haben, hat massive Auswirkungen auf die Weltwirtschaft. Und da kommt es halt aufs Krisenmanagement drauf an, da kommt es drauf an, wie sich die Staaten verhalten, was die Staaten machen und dass die Maßnahmen, die ergriffen werden, um die Wirtschaft zu stützen, auch in gewisser Art und Weise, sage ich mal, auch einen Effekt erzielen können. Blöd ist allerdings einfach nur eins, dass das alles Stochern im Nebel ist. Man weiß nicht, welche Auswirkungen das Ganze noch haben kann, wie lange sich das Ganze hinziehen kann und in welchem Ausmaß die ganze Geschichte am Ende enden wird. Aber wir sehen Stützungsmaßnahmen, wir sehen auch, dass sich das Ganze an den Märkten ein bisschen beruhigt. Wenn wir uns das Ganze mal kurz anschauen wollen hier an dieser Stelle, ich gehe einfach mal kurz auf etwas, das möchte ich mal hier zeigen, wenn wir uns die Marktberuhigung mal anschauen wollen. Schaut euch mal ganz kurz an, was wir hier an dieser Stelle haben. Hier haben wir den sogenannten WIX, das ist der US-Volatilitätsindex. Und wenn wir einfach mal schauen, der ist ja in den letzten, ich sage ich mal, in den letzten Wochen ist der massiv angestiegen. Schaut euch das mal an. Das ist einfach brutal, wie der nach oben gelaufen ist. Das hat einfach diese übelst starke Volatilität an den Märkten hervorgebracht. Also wir sind hier sehr, sehr stark nach oben gelaufen im Zuge der starken Schwankungsbreite an den Märkten. So, und jetzt ist etwas, das ist hochinteressant zu sehen. Schaut mal, der Markt oder dieser Index, der ist gestern schon sehr, sehr stark gefallen und der ist heute schon wieder 11% im Minus. Also das heißt, die Volatilität sinkt momentan überproportional zur Markterholung. Und das ist das, was wir hier an dieser Stelle sehen. Da geht so ein bisschen die Angst raus und da merkt man so ein bisschen, dass gewisse Maßnahmen doch zumindest psychologisch anscheinend langsam anfangen zu wirken. Wenn wir uns das Ganze mal anschauen noch, hier auf den Charts, schaut euch es mal an. Halt, Moment, mir reicht hier die Quotes. So, also an dieser Stelle schaut es euch an. Der S&P 500 beispielsweise aktuell ein Plus von 2,95 und hier im Weg sozusagen ein Rückgang von knapp 11,5%. Denn da sieht man das. Da könnte durchaus jetzt ein bisschen Gegenbewegung auch kommen und die Maßnahmen scheinen zumindest kurzfristig mal ein bisschen Vertrauensgrundlage zu schaffen. Das Ganze hierzu. Und aus diesem Grund schauen wir uns jetzt einfach mal an, was hier wichtige Fakten sind. Nummer 1. Wir haben es gestern in den Nachrichten gehört. Nach drei Monaten hat China erstmals die Meldung rausgegeben, dass es keine neuen Ansteckungen gab. Also hier steht es. China reports zero local infections. Das ist eine Nachricht, wo wir hier in Europa oder auch in dem Rest der Welt mal eine Hausnummer haben, wie lange das Ganze dauern kann, wenn man genau die gleichen Sachen machen würde, wie in China passiert sind. So, das ist mal ein Fakt. Das heißt, die haben drei Monate gebraucht, bis sie den Punkt erreicht haben, dass es kurzfristig sozusagen an dieser Stelle hier weniger Ansteckung gab. Und da kann man an diesem Punkt jetzt sagen, ja, na klar, es sind Fake News. Jede Nachricht kann man durch den Kakao ziehen. Alles ist Mist. Wir wissen selbst, wie wenig nachhaltig Nachrichten sein können. Das sehen wir nicht nur in China, das sehen wir auch in anderen Teilen unserer Welt. Es ist egal. Es ist ein Punkt. Wir wissen alle nicht, was ist. Es kann alles wieder schlimmer werden. Das ist allerdings erst einmal eine Nachricht, die wir jetzt hier haben. Und damit ist gut. Also wir haben ja auch Nachrichten aus Russland. Russland ist immun. Russland ist kaum betroffen. Hier, wer es glaubt. Ich glaube das nicht. Aber ist völlig wurscht. Jedenfalls, wir haben jetzt mal eine grobe, sag ich mal, Zahl, mit der der ein oder andere möglicherweise planen kann. Das heißt, damit kennen wir mal den möglichen Zeitrahmen. Wir wissen, wann die ersten Ansteckungen hier bei uns in Europa gewesen sind, auch in Deutschland. Und wir wissen, mit welchem Rahmen wir mal rechnen können. Damit kann man planen. Und diese ganzen Maßnahmen werden natürlich auch immer irgendwo darauf gehen. Und wenn man so eine, sag ich mal, Zeiträume hat, dann kann man halt auch hochrechnen. Wir haben ja gehört, die Ansteckungsquote alle sieben Tage verdoppelt die sich, wenn man sozusagen nicht stark genug dagegen arbeitet. Und wenn man hier mal einen Zeitrahmen von, ja, drei Monaten hat, dann kann man recht schnell hochrechnen, wenn nichts gemacht wird, wie schnell sich das nach oben potenziert. Das dazu. Nummer eins. Das ist also ein Punkt, der ist jetzt auf der Uhr. Nummer zwei. Schauen wir mal auf einen weiteren Fakt. Und dieser Fakt zeigt mal diese riesengroßen Herausforderungen, vor denen wir stehen, dass wir einfach momentan kaum was haben, oder eigentlich nichts haben, mit dem man wirklich fest planen kann. Wenn wir uns mal die aktuellen Zahlen anschauen in den USA. Es gibt sehr, sehr starke Ungenauigkeit bei den BIP-Erwartungen für das zweite Quartal. JP Morgan sagt zum Beispiel, die rechnen mit dem Rückgang von 14%. Goldman Sachs sagt zu den genau den gleichen, wir haben, wir erwarten einen Rückgang von 5%. So, das sind jetzt nun zwei Häuser, die hier Daten vorliegen haben, mit denen sie ihre Berechnung anstellen. Und mit hoher Wahrscheinlichkeit sehen wir hier, da ist nichts, mit dem man irgendwie ein gutes Ergebnis erzielen kann. Das ist einfach dramatische Abweichungen. Das heißt, wir haben hier in diesem ganzen Thema eine extrem hohe Unsicherheit, eine Unplanbarkeit. Und alle Prognosen, die wir momentan bekommen, haben halt eine extrem geringe Werthaltigkeit. Davon muss man einfach mal ausgehen. Also alles, was wir jetzt entsprechend hören, das kann nächste Woche schon wieder ganz anders sein oder viel besser sein. Man weiß es nicht. Das ist das, was wir hier haben müssen. Und das ist auch das, was die Märkte spielen. Das heißt, selbst wenn wir jetzt mal ein paar Tage nach oben laufen sollten, weil man merkt, okay, es könnte hier ein bisschen besser werden. Das Ganze kann sich relativ schnell wieder umkehren, wenn dann irgendwann sozusagen auch genaue Zahlen kommen. Das heißt, wenn wir die Bücher der Unternehmen kriegen, jetzt Ende März ist ja das Quartal, zu Ende des ersten Quartals. Das heißt, im April geht es dann los mit den ersten Quartalszahlen. Wenn wir da erste Zahlen bekommen und möglicherweise auch erste Hochrechnung der Unternehmen, dann kann das schon ganz, ganz anders ausschauen. Also hier ist nichts vom Tisch. Hier ist nichts bekannt. Alle Prognosen kommen rein, machen Marktauswirkungen, aber ob die nachhaltig sind, weiß keiner. Fakt ist aber eins, die Firmenlenker, die geraten mittlerweile unter massiven Kostendruck. Das heißt, die Personalkosten sind ja da, die Kosten für das laufende Geschäft sind da. Alles fällt ja an, aber es wird nichts mehr oder weniger produziert, es wird weniger verkauft. Das ist einfach ein riesengroßer Druck, unter dem die Firmen stehen. Das Ganze hat eine riesengroße Kette. Das wirkt sich natürlich auch aus über die Verpflichtungen zu den Banken hin. Wir müssen ja Kredite zurückbezahlt werden und da geht es jetzt nicht nur um die großen Unternehmen, die sicherlich teilweise auch stark angegriffen werden, aber die ganz andere Kapitalpuffer haben. Das Ganze kommt auch über die mittelgroßen und über die kleineren Firmen. Die haben ja auch Kredite und die haben nicht diese Kapitalpuffer der großen Firmen und wenn die jetzt natürlich in Schieflage geraten, weil keiner mehr einkauft, dann geht das ratzfatz ans Personal, dann geht das ratzfatz an Entlassung, dann geht das ratzfatz, dass sozusagen die Bevölkerung weniger einkaufen geht. Massive Auswirkungen aufs BIP, massive Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt, all diese Fakten kommen und das ist eine Spirale. Die kann sich sehr, sehr deutlich nach unten entwickeln. Das heißt, die Firmenlenker, egal wie groß die Firmen sind, die müssen Personalkosten senken oder werden sie. Das ist das Erste, wo man rangeht. Da kommt dann das Thema Kurzarbeit oder Entlassung auf der Uhr. Dadurch haben wir eine steigende Arbeitslosigkeit und das hat massive Auswirkungen auf die Konsumausgaben. Punkt. Aus die Maus. Das ist das, was hier in dieser Stelle vor uns stehen kann. Und das ist das, was die Märkte dann entsprechend noch deutlich weiter nach unten bringen kann. Schauen wir weiter. Wichtige Fakten. Wir haben es vorhin in der Wochenvorschau gesehen oder beziehungsweise in der Wochenrückschau. Wir haben eine deutliche Eintrübung wichtiger Stimmungsindikatoren hier für Deutschland. Wir sehen es. Der ZEW-Geschäftsklimaindex, der war hier deutlich negativ, massiv nach unten gegangen. ZEW-Konjunkturerwartungen für die nächste Zeit minus 49,5. Vorher waren es ein Plus von 8,7. Ivo-Geschäftsklimaindex genauso schlecht und schwach unterwegs. 95,3 sind erwartet worden. 96 waren es im Vormonat. 87,7 sind es. Das ist ein wahnsinnig starker Rückgang. Und das ist einfach der Grund oder sag ich mal der Grund dafür, der Licht dann entsprechend hat darin, dass die Firmenlenker erstens nicht wissen, was auf sie zukommt und zweitens dadurch, durch die hohe Unplanbarkeit, das Ganze natürlich unter massiv schlechten Voraussetzungen steht. Und das, was wir hier dann als nächstes sehen, ist einfach, dass diese, sag ich mal, diese Erwartung, die kommen ja nicht von irgendwo her. Die Firmenlenker sehen das ja. Und ich habe es ja gerade auch gesagt, es ist einfach auch massive Not an Liquidität da. Irgendwo muss Geld herkommen, um die ganzen Kosten zu decken. Und das bringt uns dann dazu, dass wir etwas, oder dass wir gerade an den Märkten etwas sehen, was man im Fachjargon Forced Liquidation nennt. Das heißt, es wird einfach alles verkauft, was es gibt, um an Liquidität zu kommen. Das ist halt auch der Grund, wo man sagt, Gold müsste doch jetzt eigentlich steigen. Weil es ja der sichere Hafen ist. Guys, es ist so, man braucht Geld. Und da muss jeder für sich selbst auch nochmal überlegen. Wenn ihr hier, die hier zuschaut, Geld braucht, ja, und ihr habt in eurem Portfolio zum Beispiel auch Gold drinnen. Was macht ihr, wenn ihr Kohle braucht? Ihr setzt euch nicht hin und sagt, hm, Gold ist ja ein sicherer Hafen. Ich lasse das mal lieber. Ich verkaufe das mal nicht. Ne, ihr verkauft das Ganze. Was passiert? Es kommt Druck auf den Markt. Das Angebot wird weiter erhöht und der Goldpreis fällt weiterhin. Ihr braucht einfach Geld. Und das ist das, was wir an den Märkten momentan gesehen haben beziehungsweise möglicherweise, ich weiß es nicht, auch noch weiter sehen werden. Es wird einfach alles verkauft, was man liquidieren kann. Ja, deswegen, ich habe mich vor kurzem, mit einem, mit einem, mit einem Börsianer unterhalten, der sagt, Mensch, die Börsen müssten doch eigentlich geschlossen haben. Also mit Börsianer, in Anführungsstrichen, meine ich halt einfach, das ist eine Privatperson, die so ein bisschen auch an der Börse mal gehandelt hat, sich als Börsianer bezeichnet und sagt, das muss doch einfach geschlossen werden. Leute, überlegt mal, wenn die Börse geschlossen werden würde, wie sollen denn dann die ganzen Liquidisationen, der ganze Geldfluss wird ja gestört werden. Das ist alles Quatsch. Wir haben hier massiv Druck, aus Geldnotgründen. Wir haben Sorge vor Insolvenzen. Wir haben massive Liquiditätsprobleme und das wird halt durch Wertpapierverkäufe gedeckt. Ja, das heißt, wir haben die Liquiditätsprobleme durch fehlende Umsätze in der Produktion, in der Gastronomie, im Handel, also in sehr, sehr wichtigen Bereichen auch für unsere Wirtschaft, auch hier bei uns in Deutschland. Und aus diesem Grund, aus der Sorge vor den Insolvenzen, sozusagen kommt den Staaten und den Zentralbanken eine extrem hohe, wichtige Rolle zu. Und das heißt, die versuchen momentan natürlich, diese wichtigen Dinge zu verhindern, dass die Leute hier massiv Arbeitslosigkeit bekommen. Ich habe vor ein oder zwei Tagen, ich musste mich echt an den Kopf fassen, als ich das aus den USA gehört habe, da hat einer der Politiker, ich habe den Namen jetzt vergessen, da hat er gesagt, wir gehen von einer Arbeitslosenquote von 20 Prozent aus. Ich dachte mir, Junge, Alter, das ist doch wohl nicht normal. Wie kann man echt, ganz im Ernst, wie kann man so einen Mist erzählen, wenn man die Bevölkerung beruhigen will, dann sage ich doch nicht, wir erwarten im schlimmsten Fall eine Arbeitslosenquote von 20 Prozent. Geist, eben was ändert das dann? Das endet einfach dadurch, dass die Leute megamäßig panisch werden, dass man diesen Druck noch verstärkt, dass Hamsterkäufe zunimmt. Ich kapiere sowas einfach nicht. Und da sehen wir halt einfach auch, dass das wichtige Fakten sind und dass unsere Zentralbanken und Staaten momentan alles tun, diese extremen Dinge zu verhindern. Und wir sehen es bei uns auch in Deutschland, dass unsere Regierung auch sagt, wir versuchen mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, zu verhindern, dass durch die Corona-Krise mittelfristig Jobs verloren gehen. Da gibt es Kurzarbeitsgeld, da gibt es Hilfen, da gibt es die ganze, sage ich mal, Unterstützung der Firmen, auch die sagen, ihr könnt zu Hause arbeiten, dass der Lohn weitergezahlt wird. Es gibt Programme seitens der Regierung, dass gesagt, die Firmen zahlen die Löhne weiter und bekommen das Geld dann entsprechend von uns zurückgezahlt. Also da gibt es eine ganze Menge, das hat alles Gutes, das hat alles auch Negatives. Wer jetzt Kredite aufnimmt, muss die zurückzahlen, alles ganz klar. Aber Mensch Leute, es brennt, ja, und wenn es brennt, muss man erst mal löschen. Und wer nicht löscht, wird danach auch nichts mehr haben, um das er sich kümmern kann. Das ist das, was jetzt probiert wird. Und das heißt, wir sehen momentan eine riesengroße Welle. Wir haben es, glaube ich, in der EU war es gewesen, da wurde die Bazooka rausgeholt. An dieser Stelle, nettes Wort, aber das ist einfach was, das wird jetzt gemacht. Das heißt, wir sehen es, die FED hat jetzt angekündigt, bis zum Ende 2012 eine Milliarde US-Dollar in den Markt zu pumpen. Die EZB hat massive Liquiditätsmaßnahmen in Aussicht gestellt. Hier steht eine Zahl im Traum von 750 Milliarden Euro. In Deutschland gibt es Konjunkturprogramme, es gibt Kredite, es gibt Steuerstunden, es gibt Kurzarbeitergeld. Also es wird alles versucht, um den Arbeitsmarkt zu stabilisieren. Einfach nur, um zu versuchen, das Feuer zu löschen. Und das wird dann schon hoffentlich irgendwann fruchten. Ob es fruchtet, ich weiß es nicht, aber das bringt uns halt dazu, dass wir von der jetzigen Stelle bei den Indizes beispielsweise auch mal ein Stückchen hochkommen können, bevor das Ganze möglicherweise zur nächsten Rolle, zur nächsten Welle nach unten anrutscht. Aber das sind einfach mal die Fakten, die wir hier auf dem Tisch haben. Hier bei uns in Deutschland beispielsweise, NRW hat es gestern ja auch verkündigt, es gibt eine Wirtschaftshilfe in Höhe von 25 Milliarden Euro, damit man einfach mal sieht, NRW ist ja eines der größten Brennpunkte und da braucht man sowas und da wird alles versucht. Die FED erwägt sogar Kauf von Unternehmensanleihen, das heißt eine direkte Stütze der Unternehmen. Sonst ist das Ganze ja immer zu den Banken geflossen. Das Ganze kann ausgeweitet werden, um den Unternehmen auch direkt zu helfen. Das heißt, das gibt dann direkte Liquiditätsspritzen für die Unternehmen. Welchen Grund hat das Ganze? Man versucht natürlich, die wichtigsten Branchen hier zu stützen. Hier die Branchen in den USA, das ist genauso auch wie bei uns in Deutschland. Wichtige Branchen sind das Thema Aerospace, Raumfahrt, die Luftfahrtbranchen. Schaut euch mal an, was bei uns in Deutschland mit der Luftfahrt los ist. Da sage ich nur, schaut euch die Lufthansa an, da fliegt keiner mehr. Sämtliche Flüge werden gestrichen. Die haben natürlich brutale, brutale Dinge, die hier dann hinten dran passieren oder die ganze Reisebranche. Alles, was da dran hängt. Es ist ja nicht nur die Reiseunternehmen, es sind ja auch die ganzen Hotels, die ganzen Restaurants, die leiden ja alle. Und mit diesen ganzen Hilfen soll einfach versucht werden, diesen wichtigen Branchen zu helfen, um hier Schlimmstes zu verhindern. Es wird sogar in den USA in den Raum gestellt, dass man sich an den wichtigsten Unternehmen möglicherweise auch direkt beteiligen kann. Also damit sehen wir, es ist sehr, sehr viel offen. Es wird viel gemacht und das im Blick auf die Hilfen. Jetzt müssen wir noch auf zwei weitere Dinge schauen, die aktuell wichtig sind im Thema News. Und zwar ist das der Ölmarkt und das ist der FX-Markt. Den müssen wir natürlich auch mit im Raum behalten. Schauen wir noch mal kurz auf die Ölmarktkrise. Es ist ja nicht nur so, dass der Ölpreis ziemlich stark gesunken ist und wir uns als, sage ich mal, Bürger über die positiven Seiten freuen können. Wir freuen uns natürlich, dass wir weniger fürs Tanken bezahlen, obwohl wir ja momentan immer weniger fahren können, aber das ist eine andere Geschichte. Die Kosten für die Energie könnten dadurch natürlich auch ein bisschen sinken, weil der Ölpreis so stark gesunken sind. Aber das Problem liegt an einer ganz, ganz anderen Stelle. Und zwar, wir haben hier einfach die Spannungen zwischen Russland und den Saudis und die belasten nicht nur den Ölpreis, sondern den gesamten Sektor. Keiner der beiden Seiten gibt nach und das sorgt für diesen stark gesunkenen Ölpreis. Jetzt haben aber durch diesen stark gesunkenen Ölpreis die Unternehmen, die produzierenden Unternehmen ein heftiges Problem, weil sie einfach durch das Öl viel, viel, viel weniger einnehmen. Das heißt, die Kosten für die Ölproduktion für viele, viele Unternehmen, die liegen weit, weit über den Preis, den man momentan für Sparrowöl bekommt. Ja, und das Ganze bringt dann ein Problem, weil diese Unternehmen haben natürlich viele Finanzierungen laufen und wenn die Unternehmen ihre Finanzierung nicht mehr zurückbezahlen können, dann muss man nicht schlau sein, um zu merken, okay, was kommt als nächstes? Dann platzen Finanzierungen, was passiert dann? Dann haben die Banken das nächste Problem. Das heißt, da kommt wieder die Finanzmarktkrise 2008 ins Spiel. Das Problem, was die Banken hatten, die massiven Auswirkungen auf die Wirtschaft, das haben wir wieder da in diesem Bereich. Alles nur durch das Thema hier am Ölmarkt und das ist echt eine echt schwere Geschichte. Und das nächste, was an dieser Stelle noch kommt, ist der sogenannte FX-Markt. Das heißt, wir haben am FX-Markt momentan eine massive Dollarstärke. Diese massive Dollarstärke kann man relativ gut sehen, wenn man sich mal den DX, also den Directional Index, den Dollarindex anguckt. Den können wir hier beispielsweise, der Kürzel ist DXY, uns mal anschauen, wenn wir sehen, wie stark hier der wieder geworden ist in letzter Zeit. Wartet mal, ich mache mal den Monatschart auf den Tagesschart, da kann man das Ganze schneller sehen, was für eine heftige Dynamik hier nach oben auch gekommen ist im Dollar, wie stark der Dollar auch geworden ist. Und das ist einfach auch ein Problem. Für uns Trader, wir freuen uns natürlich, wenn der Euro jetzt ein Stückchen weit gesunken ist. Das ist alles kein Problem. Wir müssen nur die zweite Seite mit beleuchten und zwar, dass sozusagen die Weltwirtschaft mit diesem starken Dollar auch ein Problem bekommen kann. Warum? Man muss einfach wissen, dass auf den internationalen Finanzmärkten viele, viele Finanzierungen US-Dollar basiert sind. Das heißt, jeder, der eine US-Dollar basierte Finanzierung hat, der muss natürlich alle Verbindlichkeiten und alle Rückzahlungen auch in US-Dollar leisten. Ja, so und jetzt stellt euch einfach nur mal vor, ihr sitzt hier in Euro, müsst eine US-Dollar Anleihe bezahlen, was müsst ihr kaufen? Ihr müsst den Dollar kaufen. Jemand, der in Japan oder irgendwo anders auf der Welt sitzt und eine US-Verbindlichkeit hat, muss natürlich den US-Dollar kaufen. So und wenn wir jetzt so einen extrem starken US-Dollar haben, dann haben wir natürlich auch massive Auswirkungen auf die Unternehmen, die verschuldet sind, weil da steigen plötzlich die Kosten sehr, sehr stark nach oben an. Einfach dadurch, dass der Dollar hier entsprechend gekauft werden muss. Das heißt, das ist eine hohe Unternehmensbelastung, weil die Zahlungen natürlich in US-Dollar geleistet werden müssen und die US-Anleihen, die hier bedient werden müssen, die kommen natürlich immer mehr zurück. Also das heißt, im Endeffekt wird da immer der Dollar immer stärker nachgefragt, wenn auch Rückzahlungen sind und so weiter und so fort. Und was passiert da? Das ist einfach nur das wirtschaftliche Geschehen. Wenn die Nachfrage nach einem Gut steigt, das Angebot aber begrenzt ist, was passiert? Die Preise steigen. Und das ist das, was wir hier momentan auch sehen. Und das ist das, was dann am Ende eine weitere hohe Belastung für die Weltwirtschaft, für die Unternehmen sind. Und wenn die Unternehmen dann nicht mehr da sind, dann fehlt wieder das Geld bei den Arbeitnehmern, bei den Konsumenten sozusagen. Dann wird weniger gekauft. Also diese Spirale dreht sich momentan immer weiter nach unten. Und das ist halt einfach auch der Grund, weshalb diese, sage ich mal, Nachrichten, die wir jetzt immer wieder lesen, dass wir jetzt nicht nur hinhören und den Kopf schütteln, sondern dass wir das Ganze auch mal so ein bisschen einordnen, was hier passiert. Und dass wir auch mal genau hinschauen, was passiert denn jetzt an den Märkten durch diese ganzen Stützungsmaßnahmen. Ja, weil wichtig ist, um die Märkte zu beruhigen, brauchen wir natürlich, sage ich mal, vertrauensbildende Maßnahmen. Und wenn man einfach sieht, dass diese Maßnahmen, die jetzt weltweit um den Globus gemacht werden, seitens der Staaten und seitens der Zentralbanken, dass diese fruchten und dass man halt einfach wirklich merkt, okay, da ist jemand, der kann uns möglicherweise deutlich unter die Arme greifen. Das sorgt dann für eine Beruhigung und das sorgt dann dazu oder dafür, dass das Ganze sich in etwas ruhigeres Fahrwasser auch begeben kann. Ob das schon das Ende ist, ich habe echt absolut keine Ahnung. Wenn wir uns mal anschauen an den Indizes, da gehe ich noch mal kurz auf das langfristige Bild im DAX zurück hier. Kurzen Augenblick, machen wir mal kurz an. Den DAX hier als Index, so, da nehmen wir den mal, wenn wir uns das mal anschauen, hier an dieser Stelle in die Vergangenheit zurückschauen, wo wir letzte starke Krisen auch gehabt haben, wenn wir uns das Ganze mal anschauen, der starke Rückgang im DAX auch in 2018, da sehen wir es halt, das Ganze ist in Wellen geschwappt und das ist nicht mit einem stark sozusagen in Ruhe gekommen. Ja, also ich meine, wenn wir sehen, wo wir stehen, ist das Ganze schon sehr, sehr heftig abgelaufen, aber wir sehen es auch hier drüben aus diesem Bereich, der Markt ist hier nicht einfach runtergefallen und dann nach oben angestiegen, sondern auch in der Vergangenheit hat man immer wieder die Situation an dieser Stelle, der Markt ist runtergegangen, der ist hochgekommen, der ist nochmal runtergegangen und dann ist er schön nach oben gelaufen. Hier drüben genau das gleiche Bild, das ist also etwas, das wir immer wieder sehen, starke Abverkäufe, starke Aufverkäufe, nochmal ein Rutsch nach unten und dann eine ganze Beruhigung und das ist möglicherweise etwas, das wir hier auch sehen können im DAX hier drüben, das haben wir auch gehabt im Jahr 2018, schaut es euch an, wir sind runtergelaufen, hochgekommen, nochmal runter, nochmal hoch, nochmal runter, um dann deutlich nach oben auch aufzudrehen. Das alles kann hier jetzt wieder passieren und das ist das, was wir irgendwo im Auge behalten müssen, um unsere Trades sozusagen technisch zu platzieren und wenn wir uns das Ganze einfach mal anschauen, auf die wirtschaftlichen beziehungsweise Nachrichtenmeldung, die wir bekommen, das kann man dann in ein rundes Bild bringen. Ich hoffe, ich konnte damit sozusagen ein bisschen, sage ich mal auch, Klarheit schaffen für den einen oder anderen, der sich die Frage stellt, wie kann es denn jetzt weitergehen, wozu wird das denn alles gemacht, wie schon gesagt, wenn da Fragen zu sind, einfach nochmal reinschauen beziehungsweise gerne gerne auch mit mir in Verbindung setzen. Ich gehe dann hier in den Morning Briefings beziehungsweise den Freitagsbesprechungen immer wieder einmal darauf ein. An dieser Stelle wünsche ich allen einen erfolgreichen Handelstag auf alle Fälle, ungeachtet der Tatsache, was alles draußen los ist. Bleibt gesund, tradet euren Plan, versucht euch am Wochenende ein bisschen zu entspannen und wir sehen uns Montag wieder um 8.30 Uhr zur Marktbesprechung, den Blogeintrag im Research am Wochenende, der ist wieder geplant, das wird es dann vorher geben. Also danke für die Zeit und bis nächste Woche. Ich freue mich drauf. Tschüss.